Spielt in der 6er Assassin kommt, der hat sich keinen Zentimeter bewegt und hat über die ganze Map alles getausender kritisiert Weil die jumpten doch eigentlich instant Nee nee, Kha'Zix nicht, weil er Max-Range hat, der hat Range über die ganze Map Also ich hatte halt Shyvana mit Repetitor, ja das war auch ziemlich sexy Ich hab Draven in der 6er Assassin als Assassin gemacht, wegen diesen Extra-Krits Oh, hatte ich auch letztens so geil Aber der jumpt so behindert, Alter, der hat sich einfach immer in den Tod gejumped befolgen Ach stimmt, der jumpt ja dann, ne? Ja, richtig bad Aber Blademaster Draven ist gigasick Ja, ja, bläden wir uns an die Kühe Mal was cheesiges machen Na klar Was soll man machen? Vielleicht Toplane alle warten mal? Aber gegen der... Nee, die invaden hier Ja? Ach, die werden niemals invaden gegen uns doch nicht Die sind die Kings, das... Na doch, ich glaube, Tim hat das gerochen Er ist ja auch eine Katze, die können gut riechen Na gut, du bist ein Katzen-Experte, du weißt das Ja, die riechen meine Pizza auch auf Ich sag, die sind alle 5 da drin Wenn der Q trifft? Oh Geh mal rein, geh mal rein, geh mal rein Dann einfach mal facetracken, ne? Klar Na, Q Dann strippt der Winkel einmal nicht und er trifft keiner und stehen alle drin In S3, Gott Ich glaube selbst den geschehen Aber außer wenn wir den richtigen Swing gewählt, das gefällt mir Aber Academy ist auch krank Hab ich noch nicht gespielt Der ist irgendwie geil Hm? Wir können ja hier und dann 5 mal in den Top gehen Botlane kannst du noch runtergehen, oder? Ja, ich glaube auch Na gut Oh! Free, free, free Free Ich will die Diana doch, Diana Oh, lass mich doch binden Lass mich doch rupen Warum? Ich hab ein Double Bind auf die Fing Flashen wir alle? Oh, hol da, hol da, hol da Da? Oh! Hast du Flashed, oder? Ne Komm Oh! 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 Exeggutor, exeggutor Oh, oh gut Oh, gut Egal, wir führen, lass uns eine Base geben Einfach ein Midlane-CSchen nehmen Nein Ist auch gegen Xeradlane Ah, dass wir da nicht alle rüber geflasht sind Was ist denn da los? Ja, der habt ihr Den nehm ich mir Ach Hab ich nicht gekriegt Ich wollte nur XP Ich hab ja ganze Wave XP jetzt verpasst Das ist kacke Wollen wir? All in die hier Krieg ich gar nix Oh, scheiße Ui Nicht richtig all in Oh, ich hab Twitch Könnt ihr move'n? Ja Scheiße, hier bleibe ich zwar nicht bekommen No way Komm auch noch, aber ich brauch ewig Das war natürlich belastend Hier? Fläch da? Bitch, kein Flash? Oh Alter, die dodschen alles, ey Bitches lo- Habt ihr Ward? Habt ihr Ward? Ja Ja Oh mein Gott, ich mach's in ihr Gesicht Oh mein Gott War noch tot Das hat's noch ein bisschen troll gerade Boah, ich bin halt irgendwie noch nicht zwei So set Oh Da ist der Twitch, oder? Ne Boah, kann ich noch für den gehen? Das war ganz schön schwierig Das ist ja... Na gut, dass er da den Wettmacht Das hat man vielleicht erwarten können, ne? Ich komme Shit Ich komme, bin voll Ja, Level 2, Johnny Oh, das war alles sehr, sehr schöne E Ich hab... Ich wollte erst über die Warden Dann hab ich gemerkt, wie scheiße die Idee ist Alter, die freest auch noch Ich hab die nicht angefasst hier Guckt euch das mal an Guck mal mitlanen So macht man das Ich hab nicht 1 CS genommen Nichts Ich bin komplett fucked Die werden Level 3 mit der Wave Na, dafür laufen ja die anderen Lanes zu B Also... Mitlanen 4 zu 1 CS Botlaner auch Wenn der save nochmal runterkommt In der Twitch Hundertprozentig Das ist doch Level 1 Da, da, da Da, da, da Da, da, da Da, da, da 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 Das stimmt Aber gut Ich glaube, wir werden hier ein kleines bisschen runtergepokt auf der Lane Miss, miss, miss hier gerade Achtung In der Mitte Wir all in die gleich einfach Midlane, können wir machen Okay, bot Ich würde ein Level 2 davor gerne haben Ich kann ja nicht mal CSen, Alter Geht nicht Wann seid ihr Level 2? Ich bin Level 2 Ich hab, ich hab 10% Really? Really? Ja, ich bin tot Toll Ich kann halt wirklich nicht mal an die Minions ransteppen, Alter Da ist irgendwo ein Twitch noch Oh mein Gott Ich der Twitch Muss ja ein bisschen Vertrauen in ein Zimmer haben, der macht das schon Okay, wenn ich da jetzt hochroame, wird das was? Ja, kann man sprechen schon, vielleicht rein bei den Problem machen Bin unterwegs Oh, schade Schade Ich sehe mich doch auf den Dive persönlich Bin unterwegs, ja Klasse Ah, schade Ich guck noch, ne Ja Ja, aber da könnte halt gleich noch ein Twitch kommen und sowas Ja, der Twitch aber eben noch bot Wenn der das schnell genug pusht, dann ist das voll Ja, natürlich ist immer noch bot Das macht auf jeden Fall schon Spaß das Game, muss ich sagen Also das ist schon Ich kann wieder Base gehen Der dived mich Ja Ja Ah, das ist doch so Ich, 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 ich bin aber raus, ne Ich bin Level 2, Alter Alter, das ist halt noch, hier Da kommt schon Level 6 Ey, ich gehe direkt vor das Item, äh, hier Mobis und dann komme ich runter Kann ich spielen, Leute Was soll ich machen? Machen wir kurz, ja Endlich siehst du es ein Mit dein Maul Ah, Mitteln wieder perfekt prepared Oh, da ist der Great Master Team Nicht pushen bitte, nicht, lass mir ein bisschen bitte Daher mit eins Ja Jetzt Daher mit drei Daher mit vier Nein Hat die Flash ab in der Mitte? Ja, die hat alles ab Jetzt auch wieder Flash Ja, ja, ja Ja, aber ich habe einen 15 Flash, weiß nicht wann War mir Ich glaube, die hat vor mir geflasht Die hat einen 10 Flash oder so hat die, glaube ich Fünf oder so Also, sehr gut Sehr, sehr bald Schaffe ich hier noch Level 3, ist die Frage Ich lasse euch ja noch killen Auch noch belommen im Kill, wunderschön Klasse Ich suche einfach nicht zu sterben Ja, Level 3 Okay, 6-4 Oh, hier Tipp Das Old Scoot Spin Topside Carried Ordentlich Hulting, glaube ich Ich bin Slade Äh, Enemy Red Wollen wir? Ja Das ist halt auch ab, ne? Und dann rennen wir sowas völlig Versuchen wir hier irgendwie gleich mit Rotline zu kommen, aber Ich bin tricky Wollen wir den Weg? Ja, ne? Ich komme auch jetzt gleich Ich komme auch, ich renne Dauert aber noch Das heißt Obis gleich activated Äh, ich bin ich Ganz schön Da kommt da gleich noch eine Kamin, ne? Ich spitzere, warum ich tue ich gar nichts machen Ja, ist halt nichts anderes eigentlich Wow Oh, schönes Ding Reicht langsam Schon das tut weh Weiß Ich gehe, ich gehe Oh, die DNA 6 Komm mal, komm mal Ich muss raus Ich fahre mit zum Heikel Oh, mein Oh, shit Kannst du da Damage machen? Ja Oh, was hast du gereicht? Habe ich? Ich habe auch Haben wir ein E? Fight mal, fight noch Komm noch Ignite Ja? Bin ich ein bisschen Solo-Xpace auch nicht schlecht Jawoll Nice, good job Ihr macht das da oben, ne? Ja, ich komme jetzt gleich bottom-redromed Ist Twitch bei euch? Äh, der war tot Also ja Ist schon ein bisschen her eigentlich, ne? Der fight war echt lang Ja ne, sonst wäre er ja schon bei uns gewesen wieder Ich fange an zu laufen zu euch Haben die Summoners? Warte kurz Nee Warte kurz Oh, das sind ja 2 Freekits hier Ich habe einen Assist Geil Nice Das läuft hier richtig sweet Ich glaube ich muss base Ich glaube Twitch ist hier Tim, Tim F***** Red buff Ich kill top Du beantstattest mich halt, ne? Das ist der scheiß Diana Ja, ne? Mal gucken Ihr Dings ab Der hat auch ein krasses Item-Bild Ja? Ja? Ich weiß nicht, ob ich bis Minute 20 Level 6 bin Sie haben doppelt so viele Kids und Solo ist immer noch negativ hier Ne, ne, ne Ich sage, ich beschreibe nur den Sachlage Den Sachlage Den Sachlage Haltet eure Schnauze Extra scharf bitte Haltet eure Schnauze Haltet eure Schnauze Warte, was werde ich denn jetzt hier schon wieder so gemobbt? Weiß ich auch nicht, Solo Muss ich ganz ehrlich sagen Danke Kevin, wenigstens einer der zu mir hält Ja Super Kommen wir gleich wieder runter Geil Oh, der One-Shotted mich fast Mann, oh Ganzes starke E Der hat einfach doppelte Range von mir Oh Jungs, was macht ihr denn da ohne mich? Oh Vielleicht geh mal einen kurzen Wave haben und pushen Ich komme aber Oh, ich hab ein Problem Oh, schade Oh mein Gott, jetzt alle da Weißt du, die haben ein bisschen stitzig? Das ist alt Warte, ich kann die diven? Ich debille, ich debille, ich debille Wir haben äh Wären keine Ult Oh, was war das denn? Äh, ja, ja, ja Nicht getroffen Ja, der hat wirklich eine Maximalspaßige Lane hier Ihr macht das, Leute Ihr macht das Oh Lol, der hat da den Flash Oh Mann Ich leh mit dem Shield Hast du Kutsche, hast du Oh, schade Ihr kam nicht mehr durch Pass auf Ich bin in 3 Minuten Level 6 und hab ich den Äh, Flash raus Du bist nach Level Ey, ich kann nix Ich bin einfach nur Übelste Skill-Shot-Gewitter hier auf der One-Lane Richtig schlimm Skill-Shot-Gewitter Sollte man etablieren als Wort Ne Was bist du denn jetzt so? 15-11 By the way Wird enger Hier Ich bin gleich der wie 6 Leute Dann mein ich Das ist wie in der Solo-Queue Kann man schneller die Enemy-Bot-Lane kehren Als die eigene Inted Renner, Tim, pass auf da Langsam reicht jetzt hier, Mann Ja, das ist doch auch eine Miene Ich finde, du machst das ganz klasse Ne, ne, ne Oh schön Ich komme, ich komme, ich komme Ich komme, ich komme Oh shit, den hab ich komplett verselbt Ich bin jetzt 6 Ich komme Hab ich Jawoll Ganz stark Kevin Ich will auch Level 6 sein Ich will auch Level 6 sein Ah, schade, war knapp Ah, schade, war knapp Brand Xerath Keine Holt Oh Oh Ich hab jetzt nicht so viel Damage Ähm Ich glaube, das ist nicht unser Fight, ne Bis zum nächsten Mal Raus, raus, raus Da kommt noch mal Oh, warte mal Uiuiui Ah, ne, das Ah Da kann ich dir leider auch nicht mehr hängen Da hab ich ein bisschen reingehendet Da hab ich noch ein bisschen viele Q-Downs Was sagt er, Iceborne? Was sagt er, Sola? Oder Lichbane? Wer weiß ich Noch 8 Minuten, 2016, geil jetzt Wir müssen noch ein bisschen konzentriert USBF, Leute Ich soll einfach der Baseballern, das ist besser Jetzt hole ich mir jetzt als Item, Iceborne Gunblade, Alter Zum One-Shop oder irgendwas Ich geh nicht mehr Botlane, ich roam jetzt Ich weiß nicht Geh einfach Botlane, legit Not Damage Komme, ich komme Oh, 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 ich rieche Kills Ich hab gleich Ult Ich geh für Trinity Force Gott ist es Den hab ich Ult Meint ihr, wo steht der? Ist so smooth, was du da machst Ah, da steht er Oh Free Hab ich Oh, äh Ah Naja, nicht du Hilfe 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 Nein Nee, Tim und du nicht auch noch Kann wir das spielen, Tim? Oh fuck Du sollst mir jetzt alles sterben, ist es even Oh nein, das ist nicht mehr Okay, du brauchst du Hilfe? Weiß ich nicht Hier ist geflasht Hast du Vision auf der? Ist die Low? Ja schon Vielleicht ich ne Alltech würde ich wahrscheinlich nicht Gut kommt Ah Die schnaufe ich mir Ja, da ist Twitch, Vorsicht Der hat keinen Flash Der hat keinen Flash Komm, ich komme Keine Holt auch Keine Holt auch Alter, der macht mich ja komplett Ich lümmel Oh man war das bad Da war es Low? Ja, ja, Lux und Twitch beide Low Äh, Xerath und Twitch Oh Flüge sie aus der Luft Schade Scheiße, den hätte ich eigentlich alle haben müssen Nur noch drei Kills Leute jetzt hier Die Difference wird immer weniger, ne? Fahr zu Oh, hier kommt gleich vielleicht ein Brand rein War zu risky, was ich gemacht habe Ah Hier, 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 der Brand ist hier, Tim Ja, schnapp ihn dir Wartest du aber lang? Oh Perfekt Oh Nee Ah Da kommt der Jana, da kommt der Jana Wir sind da, aber ich glaube, wir können dir nicht helfen Nee, ich bin auch unterwegs Bin auch unterwegs Bin auch unterwegs, haltet an Tim Der ist richtig fett, der Junge Ja, ja, das ist sowas Gucken wir nicht ran Vielleicht auch ein Twitch und der fickt uns alle Nee, mich nicht Nee, der war so raus Ah, nee, die waren schulden mich Ja, das stimmt Okay Ah, jajajaj Ei Was war das denn? Ey, ich war komplett nervös Ah, freeze, freeze, nein Lebe ich noch? Komma? Lebe ich noch? Ja, ja, ja Geil Ich bin tot Komma, ich komma Boah, da ist einiges passiert Aber gar kein Mana mehr, leider Vorsicht, Sirachio Ah ja Hier? Ja Zack Jawoll, Dick Kannst mich hochheilen, ja, ne? Boah Immer Base Sieht doch so aus wie alle meine anderen Draven Games Bin da, bin da, bin da, Kevin Hat dann nicht geflasht Er hatte schon wieder Flash ab? Nein, Tim What? Scheiße Wer hat das gehittet? Kein Flash mehr da? Oje Knappe Sache, ja Oh, den wollte ich gar nicht hitten Scheiße Oh, Mann Wer hat das jetzt nicht Trinch gebraucht? Ey, wer hat das gerade gehittet? Aber was ist ein Trinch jetzt gebaut? Da habe ich mich auch gut mitgefühlt Ich hab Flash, ich komme Du machst ja kein Damage, kein Boomis Geh Geh 1, 1, 1, 1, okay Wir sind noch einen vorne Lass mal in die Base Nein, wir fighten das ja ehrenhaft Bisschen ruhig angehen Ich gehe mal für ein paar Level Für ein paar Level? Pumpe mal ein bisschen Gold in XP hier rein Sechs Minuten Oh, der hat zwei Items Ach du Scheiße Ist auch nicht wie das passiert ist Der war so hoch raus, der Junge Aber jetzt Oh, Mittler, nee Oh Netter Versuch, Gucci Das macht schon Spaß zu spielen, muss ich sagen Twitch 8, 2, 2 Ei, 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 ei Da unten ist er Was wissen wir bei Unentschieden eigentlich? Sudden Death? Sudden Death, ja Hatten wir da sogar schon mal, glaube ich Nee Glauben wir nicht Kommen wir hier irgendwas in der Mitte machen? Ja, wir müssen Aber hier ist halt ein Twitch hinter uns mit dem Pinkboard Das ist ganz schierig das Game hier Wir haben hier keine Wischen Das wird ein guter Flank Oder ein Inflank Oh, der Brand, der Brand Den habe ich schon Jawohl, Mitte, Mitte, Leute, Mitte Auf die Diana, auf die Diana Auf die Diana Ey, die Twitch ist auch low Wir lost Scheiße, nein, noch nichts vor, drei Minuten noch hier Kein Flash, kein Flash Schwierig Da ist noch Diana Komma Kein Bulls Oh, wichtig, wichtig Oh, Gewinn Nein, ja Oh, Sula Der Twitch Der Twitch Der Twitch, der Twitch Der Twitch, der Twitch Ja, ja Oh, Kevin komm raus Sehr gut, sehr gut, sehr gut Wichtig, wichtig Alter Alter Twitch hier unten Kecker die nein Ja Haben wir, haben wir, haben wir Warte, warte, geduldig, geduldig Das ist ein Raubtier, das muss man ein bisschen Oh Ich kann nicht ulten, warum kann ich nicht ulten Du hast keine ulten Oh mein Gott, dein Twitch Ja, meine wird angezeigt die ganze Zeit Echt? Bei mir hast du noch äh Lol, okay Bei mir steht, dass sie ready ist Ich kann nicht ulten Jetzt schlau spielen, wir sind zwei Kills vorne Okay Sula nicht alleine Und Kutcherzeit immer noch als alleine Okay Dann bist du ja da jetzt Ja eben Lauft So Schön poken Poken, 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 poken Warte mal, ging es Serhat Brand Ja doch, Tim und ich treffen mehr Skillshorts Auf geht's Da ist da hier eine Ah, jetzt switch lebt wieder, Vorsicht Switch lebt wieder Leute Alarm Die müssen gleich ulten Ich hab auch noch keine ulten Alarm, Alarm Ich hab auch noch keine ulten Ich hab auch noch keine ulten Ich hab auch noch keine ulten Passt auf da, passt auf da Oh, was mach ich da Ich will da gar nicht lange ulten Du nicht Junge, ruhig, ruhig Guck mal hier da 20 Sekunden, wir müssen das warten Davor können wir nicht weiten, okay? Ja Pass auf da Ne, ne, ich mach das alles hier Am Limit, aber richtig Ich geh einfach auf Adi hier Wobei, ne, ihr tagst mich auf, ey Wir werden dir gleich irgendwie rein-stapfen Oder sowas Ja, 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 ich geh ja für den Wafel Switches mit Switches hier, Switches hier Vielleicht geh ja auch Mountain Drake, Leute Weiß ich nicht Ja, und? Ei, ei, ei Nicht, dass wir den Mountain Drake verlieren So, ich glaub den fight gewinnen wir jetzt Weiß ich nicht Ja, wir sind ja auch keine Muschis Wir riskieren's ja Switch Du bist ganz alleine gerade Kamil, Kamil Ich komme, ich komme Komm mal, hier, hier, rein, rein, rein Eine haben wir schonmal Diana, Diana Oha Oh Scheiße Können wir hinterher, können wir hinterher Die haben wir, die haben wir 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 Da, das ist es Ah Damit alle sterben wärs wieder even Oh, ja, der hat ult Oh, oh Kevin Kevin, du bist es einfach Der ist gewonnen Oh Oh, oh das glaube ich nicht da haben wir den ersten king auf spandau 3 zu 2 keine ahnung wo das problem war ganz im ernst ich hätte auch das hier mit dem space gewinnen können aber ich wollte einfach nicht da kommt die pide ist noch der letzte angriff da wird das abgeführt da war noch ein kill anpaus anpaus den kriegst du noch ja absolutes fest